die autobahnbrücke der a1 über den rhein bei leverkusen eine der längsten baustellen autobahn baustellen hier in deutschland sieben jahre hat es gedauert und zur hälfte ist sie fertig ich habe mich auf den weg gemacht sie zu besuchen gestern wurde sie geöffnet und ich bin neugierig wie der radweg aussieht also fahre ich doch mal von der kölner seite auf die brücke und schau mir den radweg an so hier ist noch hier ist der ja immer noch bis ein provisorische radweg die sieht noch nicht so toll aus aber führt auf jeden fall schon mal schön was sortiert auf die brücke ist schon gut besucht die ist auch nicht zu steil dafür sind länger hier sieht man noch alles ein bisschen provisorisch und jetzt sind wir in ein paar sekunden auf der brücke hier sieht man schon das erste ausgleichsstück hier da sind wir auf der brücke was zuerst auffällt der boden sieht so provisorisch aus was der sieht nicht aus als wir haben fertig der betonboden hat so also ziemliche tiefe riefen ja sieht nicht fertig aus komisch bereit ist der radweg breiter als der hat der alte radweg auf der alten brücke aber nach meinem geschmack immer noch nicht breit genug weil schaut euch das mal an das teilt man sich ja mit den fußgängern also radfahrer fußgänger beide richtungen keinerlei markierung vielleicht kommt da noch was ich weiß nicht also nach meinem geschmack ist der radweg oder nach meinem geschmack ist dieser rad und fußweg nicht breit genug aber wie gesagt jammern auf hohem niveau der alte radweg auf der brücke war erheblich schmaler also und wenn die brücke mal ganz fertig ist weil wir sehen ja gerade erst mal nur die hälfte der brücke das ist ja nur ein teil stück der brücke der fertig ist die gleiche brücke wird ja noch mal gebaut direkt daneben das heißt jetzt wird die brücke gerade die eigentlich dreispurig ist sechsspurig genutzt um die autos in alle beide richtungen fahren zu lassen und ich gehe davon aus dass auf der anderen seite der neuen brücke ebenso ein rad fußweg hier angelegt wird das heißt in zwei richtungen gibt es jeweils einen eigenen radweg dann könnte das breit genug sein müssen natürlich auch die grund angebracht sein und was noch auffällt auch jammern auf hohem niveau jetzt hat sich der boden sehr geändert hier also der fläche hat sich sehr geändert man sieht das ist jetzt nicht von der kamera die brücke hat so leichten boden das haben wir nun mal und ich hoffe das gibt sich noch der boden fühlt sich doch etwas wellig an also wenn man ein bisschen schneller drüber fährt ich bin einmal hin und einmal wieder zurück über die brücke und ein bisschen schneller drüber fährt das rappelt schon etwas weil das ist das ist noch ziemlich wellig an ich gehe mal davon aus das setzt sich doch ja ich bin kein fachmann aber ich gehe davon aus und hoffe mal dass sich das noch ein bisschen gibt ein bisschen selbst weil ansonsten sind ja die ersten risse eigentlich schon schon ja vorkommt programmiert im boden dieser brücke hier weil das ist schon sehr wellig jetzt hat sich der boden wieder geändert ihr seht es und jetzt sieht der boden wieder viel gröber aus also ja ich weiß nicht das sieht aus wie es wie ein keller boden in so einem neubau wo noch nicht wirklich bestricht übergelegt ist also ja ziemlich ja rauer boden ziemliche furchten drinnen hier also ehrlich sieht nicht fertig aus aber immerhin man kann drüber fahren schon mal super für die buchspadler so wie ich es bin dieser schon mal eine enorme erleichterung dass man jetzt auch weiterhin gehen kann und schon geht es wieder runter auf das nächste ja bis jetzt provisorium das ist die auf und abfahrt weil derzeit wird ja nur diese eine seite genutzt werden können der andere wird erst noch gebaut braucht noch drei jahre bis jetzt hat es ja sieben jahre gedauert das hier zu bauen ja haben sie schön gemacht ausreichend dimensioniert hier einen schönen radius gewählt hier doch kann man nicht großartig meckern hier gibt es ein paar kleine engstellen wie ich finde ich denke ich hoffe mal da wird ein bisschen abgebessert hier auch so ein paar bauzäune die so mit so einem pilonen abgesichert sind weil die jene weg reinragen hier zum beispiel ja ich glaube dass das muss doch ein bisschen abgebessert werden weil direkt hier ist ja die autobahn hier unten drunter das kann und wird aus meiner sichtung provisorium sein jetzt hier und ja davon gehe ich jetzt aus und das bewerte ich jetzt nicht großartig die baustür mit rein hier das provisorium wo ich froh bin dass das überhaupt schon gibt diese provisorium dass wir die brücke sogar nutzen können da oben seht ihr auch die provisorische brücke da kommen wir von der wacht am rhein in richtung der brücke das ist so der alte zubringer den ihr kennt zur brücke und da gibt es dann kurz vor der brücke diesen kleinen abzweiger der man nehmen muss um auf diesen neuen weg zu kommen das seht ihr jetzt gleich wenn ich hier noch zwei kleine biegungen fahre da müsst ihr aufpassen da sind die hier fahren die autos die baustellen autos das ist alles hier relativ neu angelegt diesen weg da oben seht ihr jetzt den alten weg auf die alte brücke wurde einfach hier abgezwackt so das war's jetzt sind wir einmal von köln nach leberkusen über die neue a1 brücke ich bin froh dass sie gibt freue mich aber wenn sie in drei jahren mal komplett fertig sein sollte